Warst du schon auf Onlyfans unterwegs? Was? Warst du schon auf Onlyfans unterwegs? Warst du schon auf Onlyfans unterwegs? Ganz langsam, ich versteh gar nichts. Warst du schon auf Onlyfans unterwegs? Warst du schon auf einem Konzert? Ja, war ich. Wir waren letztens bei Nico Santos und es war wirklich sehr nice.